Warum sagt man eigentlich nicht dummer Mann? Antwort, man sagt ja auch nicht tote Leiche. Weshalb geht eine Psychoanalyse bei Männern schneller als bei Frauen? Wenn es darum geht in die Kindheit zurückzugehen, sind die meisten Männer schon da. Herr Meier liegt auf den Knien und schrubbt den Korridor, als sein Freund hereinkommt. Das würde mir nicht im Traum einfallen, so etwas zu machen, entsetzt sich dieser. Mir auch nicht, stöhnt Meier und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Idee stammt von meiner Frau.